Das Ende ist nah und wir sind alle verdammt. Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Mass Effect 3. Das Ende ist in der Tat nah, denn wir machen uns jetzt auf zum Endkampf von Mass Effect 3. Zur letzten Schlacht gegen die Reaper auf der Erde. Entweder erobern wir die Citadel zurück, die jetzt im Orbit um die Erde schwebt, und benutzen die zusammen mit dem Tegel, um irgendwie die Reaper zu vernichten. Oder die Reaper vernichten uns. Und alles ist vorbei. Alles, alles ist vorbei, aber ich ziehe mir erstmal eine neue Rüstung an. Ich könnte zum Beispiel dieses Inferno-Panzerungs-Ding anziehen. Ja, ich denke, das werde ich machen. Die habe ich mir gerade neu gekauft. Die verstärkt Kraftschaden und macht meine Kräfte schneller. Das gefällt mir. Außerdem sieht sie schmuck aus. Deswegen nehmen wir die für unseren letzten Kampf. Dann muss ich mich nicht damit beschäftigen, die Farben zusammen zu klicken von meiner Rüstung. Das dauert zum ersten ewig. Und zum zweiten sieht es meistens nicht so gut aus, wenn ich das mache. Oh, ich habe neue Nachrichten. Das kommt unerwartet. Ich war doch gerade dabei... Oh, Rache. Ich war doch gerade dabei, mich darauf zu konzentrieren, zur Erde zu fliegen. Meine Güte. Diana Ellers schreibt mir eine lange Nachricht. Wahrscheinlich wegen Bekenstein, wo sie herkommt. Commander, ich weiß nicht, ob Ihnen klar ist, wie viel Sie den Leuten bedeuten. Aber mir schon. Wenn ich lese, was so alles im Postfach von Battlespace ankommt, das ist wohl Ihre Sendung, da würden sogar einem Geff Tränensäcke wachsen. Seitenweise bitten Leute darum, dass sie den Planeten ihrer Mutter retten, oder die Heimatwelt, die sie verlassen haben, oder die Bergbaukolonie, in die sie ihr Vermögen investiert haben. Sie wissen nicht, dass sie das alles gar nicht leisten können. Sie wissen nur, dass Commander Shepard einen Reaper besiegt hat und es wieder tun kann. Ich weiß, wie diese Leute sich fühlen. Als ich von Bekenstein erfuhr, war es, als hätte jemand sämtliche Nerven in meinem Körper durchschnitten. Aber ich muss daran glauben, dass das nicht das Ende ist. Ich muss daran glauben, dass sie die Reaper vernichten werden, und ich werde dabei sein und es filmen. Und wenn der Kampf vorüber ist, und mein Signal über Tidebeam gesendet wird, das klingt wie ein Porno-Channel, dann werden Leute aus der ganzen Galaxie sich versammeln. Sie werden auf ihren Sofas sitzen und zusehen und feiern. Und eines Tages werden sie auch wieder lachen. Lachen ist wichtig. Ich will, dass sie alles wieder normal machen, Shepard. Denn das ist die beste Rache, die ich mir vorstellen kann. Ja, so einfach wird das nicht. P.S. Wenn ich das hier überlebe und sie nicht, werde ich für ein Heldenbegräbnis und eine Bekenstein-Totenwache sorgen. Das ist so etwas ähnliche wie eine irische Totenwache, nur nicht so nüchtern und in sich gekehrt. Warte mal, warte mal, warte mal. Hast du hier gerade eine irische Totenwache als nüchtern und in sich gekehrt bezeichnet? Was ist denn mit dem irischen Volk passiert in den letzten 100 Jahren? Habt ihr eure wichtigsten Traditionen verloren? Zu jeder Zeit völlig besoffen zu sein, zu jedem Anlass, ohne Grund, meine Güte. Aber das war eine tolle Nachricht und ich bin dankbar, dass ich die noch bekommen habe. Denn das sollte uns noch mehr motivieren, jetzt tatsächlich in die Reaper-Ersche zu treten, bis unsere Stiefel stecken bleiben. Ja. Dann fliegen wir da mal hin. Wo ist die Heimat hier? Ja, da ist das Massenportal. Ja, das wäre lustig, wenn ich jetzt keinen Schreibstoff mehr hätte. Und, äh, wenn das tatsächlich was ausmachen würde. Aber macht's ja nicht. Ja, selbst wenn ich keinen Treibstoff gehabt hätte, ich würde immer wieder zum Massenportal zurückkommen. Das Spiel ist so fair, mir da kein Game Over zu geben. Ach, du heilige Scheiße. Ja, hier ist überall, ist jetzt ein Reaper in jedem Cluster. Wir fliegen zur Erde. Viel mehr bleibt uns auch nicht übrig. Docken wir an einem anderen Schiff an? Commander, Prioritätsmeldung für Sie von Admiral Hackett. Er will an Bord kommen. Wow, cool. Jawohl, Commander. Hackett in Person, das ist nur ganz selten mal vorgekommen. Und deren Rüstung sieht gut aus. Commander, Admiral, sind Sie bereit, die Mächte der Galaxie über den Reapern zu entfesseln? Jawohl, Sir. Dann machen wir die Flotten bereit. Alle Flotten machen Meldung, Sir. Noch nie sind so viele zusammengekommen, aus allen Ecken der Galaxie. Aber wir hatten auch noch nie einen Feind wie diesen. Die Reaper zeigen keine Gnade. Und wir werden es ihnen gleich tun. Sie terrorisieren unsere Völker. Wir müssen diesem Terror entgegentreten. Sie setzen nach, bis unsere letzte Stadt fällt. Aber wir werden nicht fallen. Wir werden siegen. Jeder von uns wird sich in der kommenden Schlacht beweisen. Nicht nachlassen. Stärke zeigen. Gemeinsam. Hackett Ende. Shepard. Die Schwertflotten sind bereit zum Angriff auf die Reaper rund um die Erde. Sie beschäftigen den Feind und Sie nehmen mit den Hammerbodentruppen London ein. London? Warum nicht direkt gegen die Citadel vorgehen? Das kann Ihnen Anderson sagen. Das habe ich mich nämlich auch schon gefragt. Admiral, wie sieht es bei Ihnen aus? Wir sind bereit, es zu beenden. Aber wie Sie sehen, ist die Station dicht, seit er über London aufgetaucht ist. Die Arme müssen offen sein, um den Tegel anzudocken. Ganz genau. Aber London ist umringt von Hadeskanonen. Solange sie aktiv sind, können die Hammertransporter nicht landen. Sie führen eine Staffel kleinerer Shuttles an. Infiltration mit einem Bodenteam und dann schwere Waffen gegen die Kanonen. Hammer kann landen. Und wir richten eine vorgeschobene Operationsbasis ein. Wie sollen wir von London aus zur Citadel kommen? Die Reaper transportieren mit diesem Strahl lebende und tote Menschen zur Citadel. Von der VOB aus startet Hammer einen Frontalangriff auf den Citadel-Strahl. Jedes Team, das es soweit schafft, nimmt den Strahl zur Citadel und versucht die Steuerung der Citadel-Arme zu finden und zu aktivieren. Sobald wir die Arme sehen, eskortieren Abschirmflotten den Tegel zur Citadel. Entscheidend ist das Timing. Wir haben nicht genug Feuerkraft, um den Tegel lange zu schützen. Oh, aber das klingt nach einem Plan, den ich sogar folgen konnte. Ich bin zuversichtlich. Was anderes bleibt uns jetzt auch nicht mehr übrig. Nie ist es einfach. Warum sollte das plötzlich anders sein? Ein Wahnsinn. Ich will unsere Chancen gar nicht wissen. Aber... Aber es gibt keinen anderen Plan. Wenn wir warten, looten uns die Reaper aus. Konventionell können wir sie ohne Tegel nicht besiegen. Öffnen Sie die Arme, Commander. Um jeden Preis. Wir machen den Rest. Jawohl, Sir. Viel Glück. Für uns alle. Das ist schon... Das ist schon richtig geil. Ach du meine Güte. Jetzt muss ich mir überlegen, wen ich mitnehme. Wen nehme ich mit auf die Erde? Ich nehme Ashley mit auf die Erde. Zieh dich vorher noch ein bisschen um. Standard-Klamotten? Was sind überhaupt deine Standard-Klamotten? Das sieht eigentlich ganz gut aus. Mit der Rüstung. Das passt vom Aussehen her. Also nehmen wir die Rüstung. Wir nehmen die Ashley mit dicker Rüstung. Dann könnte ich Javik mitnehmen. Das würde sich sehr anbieten. Der ist ja auf Rache sowas von hungrig. Hungriger als Liara. Kampf so wichtig wie einer von den beiden hier. Wie Javik oder James. Edi war erst dabei. In der Cerberus-Basis. Die lasse ich also auch hier. Also entweder Javik oder James. Javik oder James. Das ist die große Entscheidung. Und ich denke, dass Javik mehr Dialog hat. Oder mehr... Also wenn überhaupt. Wenn überhaupt jemand mehr Dialog hat, dann kann es vielleicht Javik sein. Der sich dann drüber freut, dass wir die Reaper jetzt zurückschlagen. Nehmen wir die schwarze Rüstung. Die schwarze sieht ernster aus. Aber die rote ist seine Standardrüstung. Die rote ist... Damit erkennt man ihn. Also ich nehme die rote. Ja. Javik, du bist dabei. Javik und Ashley. Ihr geht mit mir in den letzten Kampf. Um jeden Preis. Um jeden Preis. Da ist mir nicht wohl bei. Da ist mir gar nicht wohl bei. Okay. Ich habe die Locust. Ich habe meine Piu-Piu-Piu-Suppressor mit diesem Zielfernrohr. Will ich das wegmachen? Ich benutze... Benutze ich das? Ja, ich benutze das. Und dann habe ich da mehr Munition reingebaut. Das ist okay. Ja. Ich mag das mit der mehr Munition. Es mag vielleicht ein bisschen weicher mäßig sein. Aber ich mag es. So. Dann haben wir dich. Du hast die Paladin. Die ist mit dem Großkaliberlauf und dem Kraftschatzverstärker ausgerüstet. Und du hast hier oben das Gev-Impulsgewehr. Durchschlag und Laufverlängerung. Ich denke, das ist okay. Ashley hat diese Javelin und auch das Gev-Impulsgewehr. Los geht's. Hm. Fünf Punkte habe ich noch bekommen. Interessant. Die werden wir mal in Werfen investieren. Haben wir eine Fähigkeit mehr, die ich wahrscheinlich nicht benutze. Aber wir haben eine Fähigkeit mehr. So. Ashley. Kriegst du dann noch was in Schütze? Warum nicht? Hast du einen Punkt da rein? Und du kriegst einen Punkt in Ziehen. Ich finde das schön, dass meine Leute so schön ausgeskillt sind. Das gefällt mir. Da wäre ich irgendwie angepisst, wenn ich mich jetzt hier entscheiden müsste zwischen ein paar von den Sachen, an was ich hätte fertig skillen können. Näher in uns, Sollportal, Commander. Es wird ernst, Shepard. In 30 Sekunden sind wir durch das Portal. Aber das ist geil. Meldung der Allianzflotte. Meldung der Thorianer. Meldung der Asari-Flotten. Quarianische Flotten gemeldet und bereit. Meldung der Gath-Flotte. Alle Flotten machen Meldung, Commander. Bereit für Ihren Befehl zum Angriff. An alle, es geht los. Bereit machen für mein Signal. Feuer. Greifen Sie auf mein Kommando die Reaper-Streitkräfte an. Verstanden. Alle Jäger mir nach. Angriff. Bestätige. 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 Melde mich ab. Bereit der Sinkflug vor. Kommander! Vorsichtig da unten. Na, wenn das nicht mal eine coole Raumschlacht war. Hey, wenn das alles gut geht, dann kann die Normandy vielleicht landen. Wie sieht's aus? Es ist die Hölle. Sehen Sie selbst! Oh, London! Erkennt man sofort. Ich weiß zwar nicht woran, aber man erkennt sofort. Die fahren alle auf der linken Seite. Genau, daran erkennt man's. Selbst die Riedmann. Oh, der Big Ben! Hm. Hallo! Scheiße! Anvisiert! Festhalten! Oh! Wir hatten zwei Raumschiffe, wir hatten zwei Shuttles. Verdammt! Status! Das war der Trupp, der das Verteidigungsgeschütz ausschalten sollte. Wer ist jetzt dran? Niemand in der Umgebung. Alle im Einsatz oder abgeschossen. Absetzen. Sir? Wir müssen das Ding ausschalten, damit Hammer landen kann. Verstanden! Planänderung, Leute! Wir werden diese Hades-Kanone ausschalten! Und wie wollen wir das machen? Das abgestürzte Shuttle hatte bestimmt schwere Waffen an Bord. Perfekt! Sie haben's gehört! Wir begeben uns sofort zu dem abgestürzten Shuttle. Wir durchsuchen das Wrack nach schweren Waffen. Direkt hinter ihnen! Da kann eine Menge schief gehen bei. Die könnten zum Beispiel alle... Ach du Scheiße! Hört mal auf! Ich war noch nicht bereit. Wieso kann ich mich nicht bewegen? Ach, jetzt kann ich mich bewegen. Okay, okay, okay. Ist ja gut, Kannibalen. Ich weiß gar nicht... Ich kann hier nicht bleiben, Sir! Hauen Sie ab und holen Sie uns erst, wenn wir das Geschütz ausgeschaltet haben. Verstanden! Cortez Ende! Also gut, dann weiter! Ich wollte gerade Anderson loben. Dass der nach all der Zeit noch am Leben ist, hier auf der Erde. Wo es ja anscheinend härter zur Sache geht, als überall anders. Das zeigt nur, wie geil er ist. Wahrscheinlich, wenn Commander Shepard hier geblieben wäre, wäre er schon lange tot. So, was habt ihr eigentlich für Waffen im Moment? Du hast die... Okay, ihr müsst die Waffen wechseln. Du wechselst auf das GEF-Gewehr und du wechselst auf deine Scharfschützenwaffe. Vielleicht hätte ich jemanden... Ah ne, du hast Munition. Sehr gut. Jawohl, Commander! Ah! Ich stehe schlecht. Ich stehe im Licht. Das gefällt mir nicht. Ich komme mal mit euch da hoch. Sobald ich mich von meiner Deckung lösen kann. Ist gar nicht so einfach. Dann nehme ich mir deine Schilde. Scheiße! Und dein Kopf. Und was auch immer das ist. Die schieße ich in die Schulter, Kannibale. Heilige Scheiße. Und ich habe nur noch einen Schuss. Habe ich irgendwo Munition übersehen? Ja, das Spiel sagt nur, ich soll doch bitte nachladen. Ja, jetzt kann ich auch nachladen. Hm, den treffe ich von hier nicht. Sehr unübersichtlich das Ganze. Na komm, so ist gut. Ich treffe euch schon noch. Hier ist Captain Johnson. Hammer wird zerlegt. Diese Geschütze müssen sofort offline gehen. Habe ich etwa ein Zeitlimit? Wo ist ein Rohling? Da hinten, okay. Dann werden wir mal ein bisschen offensiver vorgehen. Du bist tot? Hm, die Schilder habe ich nicht. Ach, hallo! Das habe ich aber nicht kommen sehen. Meine Fresse. Da haben wir gerade noch so überlebt. Und es war nicht unbedingt mein Verdienst. Nein, es war eher Glück. Totales Glück. So, das Ding will ich durchsuchen hier, oder? Da bin ich doch richtig eigentlich. So tendenziell. Ich habe auch das Gefühl, es kommen vielleicht unendlich viele Gegner. Einfach damit das Spiel sich möglichst arschlochmäßig verhält. Du musst sterben. Du musst sterben. So, Jungs, Mädels, oder Jungs und Junge und Mädel, wo seid ihr? Ich laufe mal hier rüber. Ich laufe mal hier rüber. Und hole mir hier ein bisschen Munition. So, die da oben taumeln ganz schön. Das gefällt mir. Dich noch. Okay. Und noch ein. Wenn es beim ersten Mal nicht hilft, dann nochmal machen. So, was haben wir denn hier? Ja, wir haben doch irgendwas zum Aufsammeln, oder? Nein. Aber mehr Munition. Mehr Munition kann ich immer gebrauchen. Munition ist gut. Munition ist wichtig. Und das Spiel lässt mich speichern. Das macht mich unglaublich glücklich. Das glaubt ihr gar nicht. Denn hier geht es ganz schön zur Sache. Wo muss ich denn jetzt hin für das abgestürzte Raumschiff? Für das abgestürzte Shuttle. Ich muss irgendwie da hoch. Okay. Da oben ist es abgestürzt. Wollen wir da hochgehen? Verdammt! Feinde sind im Anflug auf Sie! Ich versuche, Sie ihn vom Leib zu halten! Vorsichtig, Cortez! Hm? Ja, sei vorsichtig, Cortez. Wir kommen hier schon klar. Hoffe ich. Uh, mein Helm ist weg. Verdammt! Ich bin getroffen! Alles in Ordnung! Sind Sie sicher? Aber ich kann Sie nicht abholen! Ich muss den Vogel ganz schnell landen! Ab in Sicherheit! Was immer Sie sagen! Ich weiß nicht, wo hier Sicherheit ist. Also, ich hoffe, du stirbst nicht noch. Das wäre nämlich schade. Ich habe nicht... Du bist ein netter Kerl, ja. Es schützt zwar halt niemanden hier in Mass Effect, davor oder zu sterben. Aber es wäre ja schön, denn... Ah! Okay. Hahaha! Die Granate habe ich überlebt. Die war nicht so schlimm. Da stand ich wohl weit genug weg. Halten Sie nach Ihren schweren Waffenausschau! Oh, das... Nein, nein, nein. Das Vieh da hinten hat... Da habe ich keine Fresse dran. Kein Interesse mit dir zu spielen. Oder mit dir. Ach du Scheiße! Hör auf zu wackeln! Ich hasse dich, Reaper Ding! Oh! Granate! Hahaha! Also, plötzlich bin ich in Werner. So, den Marode haben wir ausgeschaltet. Und der nächste zeigt sich bestimmt gleich. Oh, ich gehe mal besser wieder hin. Haha! Hat er völlig recht. Der hat sich sofort gezeigt. Und... Oh, nein. Wurde dafür bestraft. So wie du! Noch jemand hier. Der Stressmitch Commander Shepard will. Der sich hinter einem Zeranfeld versteckt. Schön zu sehen, dass diese Herde... Oder ich glaube es ist Induktionsherde. Wahrscheinlich ist es ein Induktionsherde. Schön, dass es noch Induktionsherde gibt in der Zukunft. Dass man da noch nicht weitergekommen ist. Okay. Das gibt mir doch Hoffnung. In meinem Leben nochmal sowas zu besitzen. Hahaha! Okay. Da liegt noch mehr Munition. Was mich stutzig macht. Hier liegt zu viel Munition rum. Für meinen Geschmack. Ah! Okay, okay. Hier haben wir doch das Shuttle. Da ist die Cain. Und hier ist ein Medipid. Okay. Dann machen wir hier erstmal eine Pause. Dann wissen wir ja direkt, wo wir nächstes Mal anfangen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal, wo wir versuchen, das da zu erobern. Wir sind beim nächsten Mal. Vielen Dank.